Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2005. Wir machen weiter mit dem nächsten Event. Und zwar ist es das hier unten. Sprint HWY 99N Projects. 12,1 Kilometer Distanz. Und wir fangen einfach mal an. Achso, das ist so ein Skelett auf dem Wagen drauf. Hören wir jetzt erst auf. Na, ist doch ganz nett. Und ich weiß doch nicht so, also, naja. Ob ich das jetzt so toll finde, ich weiß nicht, aber an sich ist es doch ganz okay. Dieses Design des Wagens. Wie gesagt, falls ihr möchtet, dass ich das Design vom Wagen selber wieder anpassen soll, dann schreibt mir das gerne. Ich gehe gerne auf eure Wünsche und Kritik ein. Aber dazu müsst ihr sie natürlich mir schreiben. So, die anderen machen hier merkwürdige Fehler. Deswegen konnte ich mich direkt mal wieder auf Platz 1 schieben. Ja, ich wollte jetzt hier eigentlich cool sein und hier so durchfahren, aber, ähm, ja. Ihr seht ja, was daraus geworden ist. Tja, war wohl doch eine schlechte Idee. Direkt mal auf den letzten Platz hier. Aber wenn die anderen die Abkürzung nicht nehmen, dann können wir hier stark abkürzen. Jetzt überschlägt sich der Wagen schon wieder, ey. Ich fasse es nicht. Jedes Mal. So, komm, durch hier und dann nehmen wir die zweite Abkürzung auch noch. Die anderen natürlich auch nicht nehmen. Das ist wirklich sehr einfach, wenn die Leute... Ja, okay, wir sind hier ja trotzdem irgendwie viel schneller. Ja, da geht es aber nur daran, dass ich diesen Fehler eben gemacht habe. Nach der ersten Abkürzung. Naja. Gut. Dann, obs, dann la, ey. Was ist denn hier los? Oh, hier müssen wir eine scharfe Kurve nehmen. Hm, na gut. Somit bin ich hier auf Platz 1 jetzt. Das ist doch in Ordnung. So, wir sind knapp bei der Hälfte. Verkehrsstopper. Können wir wieder runterholen. Vielleicht hält es die anderen Leute hier auf. Ich glaube, nach diesem Event haben wir gar kein Event mehr mit minimalem Polizeiresiko. Das heißt, da müssen wir dann eins mit maximalen nehmen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, die anderen sind aber sehr weit weg jetzt. Alter, die Leute fahren davon selber gegen, ne? Das war bei dem Taxi im letzten Part auch schon so. Und jetzt fährt der da gegen dieses Mittelteil. Hm. Die Leute haben wohl leichte Probleme an dieser Stelle. Anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, Snap hat mich da fast eingeholt. Hier können wir links mal langfahren. Hier sind wir noch nie langgefahren. Über die Schienen. Mal gucken. Oh Gott. Ja, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Scheiße. Gib Gas. Und hier lässt sich der Wagen natürlich auch sehr schlecht manövrieren. Von dem war das eine schlechte Idee langzufahren. Aber das weiß ich natürlich nicht, wenn ich zum ersten Mal langfahre. Ich meine, irgendwann muss man es ja mal ausprobieren. Sonst erfährt man nie, ob es besser ist oder nicht. Aber es ist wohl nicht besser. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, in einem anderen Sieg sieht es hier wohl nicht aus. Nur wegen der Abkürzung da am Ende. Tja. Werde ich es wohl nochmal machen müssen. Ja, auch wenn ich hier den Nitro-Knopf hämmere. Wie blöd. Es bringt leider nichts. Bam. Letzter. Tja, ja. So ist das. Dann starten wir das Event einfach neu. So, Leute. Ich bin jetzt wieder an der Stelle angekommen. Wo ich letztes Mal in die Abkürzung eingefahren bin. Oh, da kann man auch langfahren. Okay. Aber diesmal nehme ich nicht die Abkürzung. Denn wir haben herausgefunden, dass es nicht so eine gute Idee ist. Refresh your... Da stand irgendwas. Eine Werbung. Hier sind auch manchmal Product Placements in dem Spiel. Ist mir aufgefallen. Zum Beispiel von Axe. Zum Beispiel. Habe ich gesehen. Ja. Und zum Beispiel von Lieferspeed Carbon auch von Telekom, glaube ich. Ja. Ganz interessant. Aber bei Grid 2 zum Beispiel ist ja alles nur zu mit Product Placements. Zugekleistert. Na gut. Wir sind der Sieger. 3.18.10. At 290 kmh. Prämie 18.000. Und vielen Dank. Ups. Ups. Wir bekommen mehrere Meldungen rein. Schon klar. Ich suche mir mal schnell das nächste Event aus. Also es geht weiter mit dieser Mautstelle. 15,9 km. Und ich habe mich vertan, Leute. Es gibt doch noch ein Event mit minimalem Kopfrisiko. Das ist diese Mautstelle. Deswegen machen wir die jetzt noch. Aber danach gibt es noch noch Events mit maximalem Kopfrisiko. Oder eben Rundkurse beziehungsweise... Was war das andere? KO Events. Genau. Die sind ja beide nicht so cool, weil sich da das Geschehen immer etwas wiederholt. Und zwar sogar öfters. Sprich die Strecke, die man fährt. Ups. So da. Lenken. Ja. Ja. Deswegen mag ich diese Events nicht zu sehr. Aber man muss sie auch nicht fahren, denn es gibt ja genug andere Events, die man fahren kann. Und man kriegt dann auch noch genug Events zusammen, die man eben braucht. Ich bin überhaupt schon mal hier ein Event auf dieser Autobahn gefahren. Das finde ich ja ziemlich cool gerade irgendwie. Über den Highway 2 Oval. Wie wir es ja von der Polizei erfahren haben. 2 Oval. Da ist der. Da vorne haben wir die nächste Mautstelle. Da haben wir noch genug Zeit. Ja, jetzt wäre es vielleicht besser gewesen, hier links einzufahren. Denn da ist der Weg ein bisschen kürzer. Aber so geht es auch. Ja, immer schön die Absperrungen an den Seiten, damit man auch nicht woanders langfahren kann. Schon ganz, ganz nett. Da fährt einfach mal ein Auto. Oh, jetzt müssen wir links. So ein Do-Not-Pass-Schild oder sowas oben. Das finde ich ja ganz schön krass. Warum tun die Verkehrsautos sowas? Die Polizei sollte mal nach denen suchen. Ich meine, die machen ja hier viel mehr kaputt als ich eigentlich. Also, sind wir ganz ehrlich, ne? Ist doch so. Ganz eindeutig. Ja, aber schon, ne? Also, ich meine, das ist ja wohl nicht erlaubt. Vor allem, wenn da Do-Not-Pass steht, dann darf man da eigentlich sogar nicht mal langfahren. Und erst recht darf man das schön nicht umfahren. Aber gut. Wenn die Verkehrsautos meinen. Oder die Fahrer der Verkehrsautos. Ey, bleibt doch nicht stehen hier. Dass das so richtig ist, dann, äh, wer weiß. Vielleicht kenne ich ja die Gesetze von dieser Welt nicht. Und vielleicht ist da ja ein bisschen was anders geregelt als im Real Life. Darüber weiß ich natürlich nicht Bescheid. So, jetzt müssen wir durch den Park auch noch. Also bis jetzt gefällt mir die Strecke sehr. Sind wir auch noch nicht gefahren. Allem anscheinend nach. Diese Strecke. Also das Event natürlich sowieso nicht, aber diese Strecke wiederholen. Die Strecken wiederholen sich ja auch manchmal, glaube ich. Aber die sind wir, glaube ich, noch nicht gefahren. Die ist ja auch ziemlich lange. Deswegen sind wir die erst recht noch nicht gefahren. So. Wir sind jetzt gerade mal bei drei Viertel des Events. Eine Minute haben wir bis zur nächsten Mautstelle. Na, das sollte doch reichen. Okidoki. Ja, also ich habe auch schon kurz reingeguckt in den LAN-Modus. Denn, ähm, ja, wir müssen ja, wenn wir, wenn ich dann mit Paul Masse und Watson 18 zusammenspiele, müssen wir ja den LAN-Modus verwenden. Wir werden zwar trotzdem über Internet spielen, aber ähm, den LAN-Modus kann man dafür auch verwenden. Und zwar verwenden wir dann Game Ranger. Das haben wir auch schon bei Flatout 2 verwendet. Hat super gefunktioniert und deswegen werden wir Game Ranger auch für Need for Speed und Most Wanted verwenden. für diejenigen, die es nicht kennen, das ist eine Internetplattform, also oder ein Anbieter, keine Ahnung, mit, also ein Programm, mit dem man eben so veraltete Spiele online spielen kann. Aber das geht nur bei Spielen, die eben so einen LAN-Modus haben, wie dieses Spiel. Und bei anderen Spielen geht's nicht. Gut, wir hatten noch 24, 89 Sekunden übrig. 4 Minuten 10, 11 hatten wir gebraucht. 262 kmh und Prämie 18.000 nochmal obendrauf. Wir sind wieder Stufe 1. Das ist ja cool, weil wir geschnappt wurden. Sozialbauviertel, aha. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Event. Ich suche es mal wieder kurz aus. Dann machen wir weiter mit dieser Radarfalle. 14,3 km, Kopfrisiko diesmal maximal. Denn es geht nicht mehr anders. Wir haben alle Events mit minimalem Kopfrisiko abgeschlossen. Deswegen müssen wir jetzt noch ein Rennen mit maximalem Kopfrisiko machen. Danach haben wir es ja durch. Dann haben wir die 8 Events geschafft. Da fährt hier links jemand ein Lamborghini, glaube ich, ne? Das war doch ein äh, äh, Marcella Go kann das sein? Das könnte ein Marcella Go gewesen sein. Aber ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. 178 kmh. Ist doch das die gleiche Streckenführung, die wir auch schon bei Webster gefahren sind. Bis jetzt. Bin ich der Meinung. Okay. Na gut. Wenn ihr meint, liebe Entwickler. Ah, jetzt ist es aber hier ein bisschen woanders. Der Radarfalle, die war vorher da. Bisschen wir da hinten. Das weiß ich noch. Okay, da kommt gleich die nächste. Hier. 218. 218. Okay. Ja. So, abkürzende dürfen wir diesmal nicht. Schade. Ja. Ja. Nein. Wagen, hör auf. So, wir sind auf Platz 1. Haben jetzt nochmal 235 kmh obendrauf auf unsere Summe erhalten. Das ist schon mal ganz gut, denke ich mal. Ich mache hier irgendwelche fiesen Matenten hier. Okay, jetzt überholen sie mich, aber ja, das soll mich nicht stören, solange... Ach, du Scheiße. Ja. 127 ist jetzt natürlich nicht so gut. Naja. Ein Kollege von der Feuerwehr meldet uns, eine Gruppe möglicher Streetracer. Zuletzt wurden sie gesehen in Fahrtrichtung Osten auf der Chancellor Way. Kann sich bitte eine Einheit melden und zum Einsatzort begeben. Die Feuerwehr hat sich so gemeldet. Mensch, das nicht mal... Äh, ja. Ist noch nie passiert. Zuvor. Ja, komm. Container. Da ist ein Container drauf, wo Container drauf steht. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ganz ehrlich. Okay, ich führe aber immer noch auch, wenn die anderen beiden mich hier überholt haben. 231, naja. Da hatte ich jetzt leider kein Nitro mehr. Alter, was macht ihr denn hier? Ich bin immer noch Erster. Zum Glück. So. Wir sind bei 60%. Okay, hier dürfen wir auch wieder nicht abkürzen. Schade. Schade, schade. Ist ja auch mal... Naja. eine Idee gewesen, wenn man quasi nur über die Abkürzung fahren dürfte und dann da die Radarfalle wäre. Aber okay. Dann halt nicht. Entwickler, falls ihr meint, das ist keine gute Idee, dann halt nicht. So, wir führen mit, glaube ich, ja, über 200 kmh Abstand. 307 nochmal oben drauf, also meine Corvette leistet sehr gute Dienste hier. Vor allem bei der hohen Geschwindigkeit. Obst du da? Ja, das war jetzt nicht gut. Zurücksetzen. Nein, nein, nein. Zurücksetzen, zurücksetzen. Okay. Aber nicht so schlimm. Okay, jetzt kommt die auf der anderen Seite. Haha. Ausgetrickst. Ausgetrickst. Mich erwischt hier niemand. Wetten, die sieht mich nicht mehr bis zum Ende. Das wäre so cool. Ey, das wäre so cool. Ey, komm, das schaffen wir. Leute, das schaffen wir. Ohne Kopp-Sichtung hier. Ja, Ende. Zack. Geschafft. Nice. 2300 kmh, 18.000 Prämie. Sogar glatt. 2300. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Okay, dann haben wir es jetzt geschafft. Wir brauchen noch 5 Meilensteine. Meilensteine haben wir natürlich noch keine. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit den Radarfallen. Und zwar machen wir erstmal die leichteste hier, 225 kmh. Das geht ja eigentlich ganz schnell, wenn man es beim ersten Versuch schafft. Was ja oftmals der Fall ist. Mit meiner Corvette zumindest. Okay, hier kommt jetzt in Kurve, aber soll mich nicht stören. Ja, geschafft. Schön. 246 kmh. nochmal fast 100.000 Kopfgeld, also es gibt auch immer ordentlich. Verschwenden wir keine Zeit, würde ich sagen, und machen weiter mit der hier. 255 kmh. Ocean Hills. Hier können wir das Boot nochmal umkippen lassen. Ja. Da fällt um. Da fällt es um. Naja, das ist schon immer jetzt lustig, diese Verkehrsstoppe. Jetzt müssen wir Gas geben. Und es reicht. 261 kmh. Wieder fast 100.000 Kopfgeld. 94.000. Und dann machen wir gleich noch den dritten dieser drei Radarfallen. 285 kmh. North Grey Point. Müssen wir hier anfangen. vielleicht fahre ich jetzt mal hier wieder durch die Abkürzung. Es könnte sein, dass es wieder von Vorteil ist. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, gut. Okay, jetzt sehen wir es. Ne, ist keine gute Idee. Na gut, dann machen wir das nochmal und fahren nicht über die Abkürzung. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Dann schaffen wir das vielleicht auch gleich nochmal beim ersten Versuch. Mal gucken. So, Nitro geben wir schon mal. Und 255... Ja, geschafft, aber knapp. 289 kmh. Nochmal 94.000 Kopfgeld. Alles klar. Ja, dann fehlen uns ja jetzt noch zwei Meilensteine, glaube ich, ne? Ja. Zwei Polizeimeilensteine, die wir aber nicht mehr in diesem Part machen werden, denn dafür reicht der Part ganz sicher nicht mehr. Aber ich suche mir schon mal aus. Naja, ne. Bringt nichts, sich das auszusuchen. Wir können mal gucken, was wir denn brauchen. 32 Polizeifahren müssen wir rammen. 600.000 Kopfgeld in einer Verfolgung. Gibt aber nur 140.000. Heh. Naja, okay. Aber man kriegt die 600.000 ja trotzdem. Habe ich gesehen. also, ja, ist so. Also wenn man entkommt, dann zumindest. Oh, in weniger als zwei Minuten entkommen. Okay. Ja, das müsste man dann ja extra machen und ja, mehr als acht Minuten. Okay. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool, weil da ja, das schafft man eh ohne, dass man sich bemühen muss. Außer das vielleicht naja, ein bisschen schwierig, weil die Polizei ja sehr anhänglich ist inzwischen. Naja. Wir werden sehen, im nächsten Part werden wir das versuchen. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Ansehen. Ich habe die falsche Sicht ausgewählt und dann sowas. Freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Bitte vergesst nicht zu bewerten. Also dann, bis zur nächsten Folge und tschüss. Bis zum nächsten Mal.